Moin Moin! Mit dem Online-PIN-Wand Schleswig-Holstein Update vom September 2022 gibt es einige neue Funktionen. In diesem Video geht es um das neue Login für Ihre PIN-Wände. Ab sofort steht Ihnen die Registrierung für ein persönliches Benutzerkonto zur Verfügung. Mit diesem haben Sie einen komfortablen Zugriff auf Ihre erstellten PIN-Wände. Um PIN-Wände erstellen zu können, gehen Sie bitte auf opsh.lernnetz.de. Beim ersten Mal müssen Sie sich einen Account erstellen. Hierzu geben Sie im E-Mail-Feld Ihre dienstliche E-Mail-Adresse ein. Im Feld Dienststellnummer geben Sie die Nummer Ihrer Schule ein. Falls Sie diese nicht kennen sollten, dann klicken Sie auf Dienststellnummer suchen. Nach der Eingabe der Dienststellnummer klicken Sie auf Absenden. Sie werden aufgefordert, die Anweisungen in der erhalteten E-Mail zu befolgen. Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie PIN-Wände erstellen. Bitte klicken Sie auf zum Einloggen. Im E-Mail-Feld geben Sie Ihre dienstliche E-Mail-Adresse ein. Im Passwort-Feld geben Sie das von Ihnen bei der Registrierung gewählte Passwort ein und klicken auf Login. Auf der nun angezeigten Seite erhalten Sie eine Übersicht über Ihre bisher erstellten PIN-Wände. Nach dem ersten Login ist diese Übersicht leer. Um neue PIN-Wände zu erstellen, klicken Sie auf das rot unterlegte Pluszeichen am rechten unteren Rand. Sie können nun zwischen drei PIN-Wandformen entscheiden. Im Folgenden müssen Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Auf dieser Seite gibt es ein weiteres Pflichtfeld, das Passwort für Schülerinnen und Schüler. Dieses benötigen Ihre Lernenden, um auf die PIN-Wand zugreifen zu können. Mit einem Klick auf Weiter können Sie weitere Einstellungen vornehmen und Sie können mit der PIN-Wand starten. Dieses wird Ihnen in einem weiteren Video erklärt. Dieses und weitere Videos und Anleitungen finden Sie auf der Website der IQSH Medienberatung. Medienberatung. IQSH.de slash OPSH.html